Die verlegen wir dorthin. Genauso wie die Infanterie, die wir dahin verlegen werden. Die Panzer kommen auch hier hin. So, den stellen wir hier mit hin. Das ist wichtig, dass wir sagen, wir sollten einen Scheinangriff machen. Unbedingt. Auf diesen Punkt, dann muss er... Rein in den Wald, Jungs, rein in den Wald. Zeug stehen bleiben. Wir... Im Ginnest hier, so. So, jetzt kommen auch noch Jagdpanther. Was zum Teufel machen die denn da in der Aufklärung? Wie alle Panzerjäger sind sie eingeschränkt und damit keine Gefahr für unsere Infanterie und Fallschirmjäger. So, ja, wir haben keine Ressourcen für. Hey, in den Wald mit euch hier. einen Lockdown. Rett rät rät rät. An treffer! Feuer! Lagerrecht! Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Einige Bricks, andere sind nicht. Jawohl, starten die Einheiten-Erstörung. Einheiten unter Beschuss. Einheiten unter Beschussgradig. Einheiten melden, fein Kontakt. die Einheiten verliebt. Erneut Ausnahme. Einheiten unter Beschuss. Einheiten in Fahrt jetzt hochschlitten. Einheiten melden, Fahrt neutralisiert. Echt ätzend. Oh, ein Stress ist das, alter Schwede. Sorry, ich sage auch nicht, ich rede viel so wenig. Ich muss mich total konzentrieren. Ich muss hier die Panzer schützen. Oh, Schwede, auf jeden Fall. Ah, wir haben das wieder verloren, so eine Scheiße. Wie haben die das denn hingekriegt, den Wichser? So eine Scheiße, jetzt sind wir am Arsch. Jetzt haben wir richtig die Arschkarte. Den kann ich nicht abbrechen, Flugzeuge sind schon weg, Scheiße. So eine Kacke, sind wir aber richtig am Arsch. Ey, du sollst dich nach vorne, du bist nach hinten. Wieso haust du hier ab, du sollst in dem Wald bleiben. Wieso können die die Einheiten im Wald sehen, verdammte Scheiße. Oh, Mann. Oh, Mann. So eine Scheiße. Auch Geld. Das Unterhauptquartier wurde eingenommen, Sir. Was? Was? Wir haben ein Quartier verloren? Meldung, Einheit steht unter Anhaltender Beschuss. Nein. Neue List wurde zur Verfügung gestellt. Lagerrecht, verbündetes Gebäude wurden zerstört. Das bleibt wieder zerstört worden, natürlich. Lagerrecht, Einheit steht unter Beschuss. Help! So eine Scheiße. Der sieht richtig beschissen aus. Wir kommen hier nirgends durch. Ich habe überhaupt keine Idee. Aber wir haben keine Truppen mehr. Und wir kriegen keine Ressourcen mehr rein, weil sie unsere letzte Quelle hier vernichtet haben. Und man kriegt auch keinen Cent. Normalerweise, wenn man ein so ein Quartier hat, im normalen Spiel, kriegt man immer ein Gold, so ein Dollar pro Runde. Aber das funktioniert hier irgendwie nicht. Irgendwie bekommt man das hier in den Singleplayer gar nicht. Man müsste zumindest von der Elitenunterstützung Geld kriegen, wenn man hier weiter bauen kann. Jetzt filmt ich mal. Lagerrecht, unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Ich habe keinen Plan. Ich habe jetzt im Moment überhaupt keinen Plan. Ja, das ist natürlich Infanterie gegen Soldatenpanzer 1, ja. Die Funkstelle muss erhalten bleiben. Tüchtig. Hey, das wird ja wohl schaffen hier. Angreif. Jetzt sind sie dann zurück. Ich frage sie nichts. Hm. Das geht gar nicht. Das ist viel zu mächtig, die Gegner. Ich habe auch kein Geld mehr für euch ansprechen. Das könnte man so versuchen, da einfach mal rein zu raschen. Das ist viel zu machen. Ich bin keine Ahnung, erlebt er noch. Er kann längst tot sein. So, weiter geht's. Hier, die nächsten Angreifen. Das sind zu viele, einfach zu viele. Es nutzt uns alles nichts, wir kriegen ja kein Geld mehr. Wir kriegen ja kein Geld mehr. Wir können auch nichts verkaufen irgendwie. Keine Ahnung. Die kriegen wir überhaupt nicht los. Das Gebäude hier. Das sieht scheiße aus. Ja Leute, das machen wir nochmal. Das war ja wohl nichts. Das war ja wohl den Griff in die Scheiße. Weil wir haben nichts mehr. Okay, also bis gleich in eine neue Runde. So, muss ich auch den Aufnahmeknopf drücken. So, ich habe jetzt erstmal die Truppen dahin verlegt. Dann fange ich mal sofort an, hier Ressourcen einzunehmen, die hier vorne sind. dass das schon mal safe ist. So. Und dann werden wir ganz schnell hier Hightech-Waffen an den Start bringen. Wo ist denn unser Ding? Da ist das. Genau. So. Und... Zur Sicherheit werfen wir hier immer Fallschirmsträger ab. Damit uns hier keiner durchfällt. Und... Achso, hier Funkstelle übrigens. Und High Speed. So. Alles klar. Ja, das war natürlich zu erwarten. Ich sehe das nicht. Fallschirmsträger abgefallen. Das ist gut. Die Einheit steht unter Schweden verschossen. Die können wir schon bauen. Sehr schön. Da sind sie. Dann bauen wir hier mal. Zack. Einheitenerstellung läuft. Schau mal hin. Und... Ah, nicht Quatsch. Kann man die noch verlegen? Nein, zu machen danach. Okay. Alles klar. Und... Dann müssen wir ganz schnell weiterbauen hier. Die bauen wir gleich hin. Geht nicht? Hier? Auch nicht? Gehen. Okay. So. Das wird schön. Wir haben ja dazugelernt, ne? Es tut mir ja sehr leid, dass wir die Mission nochmal schnell werden. Das werden wir öfters vorkommen. Die werden jetzt ja immer zunehmend schwerer, die Mission. Ich denke, das wird uns jetzt ein bisschen länger beschäftigen, der Kram hier. Da haben wir jetzt noch ein bisschen unwichtig. So. Das heißt, wir können jetzt auch noch Panzer bauen. Wir sollten aber erstmal die nächste Generation erforschen. So. Was wir noch machen könnten, mal ebenso zur Überbrückung. Hier mal eine Brücke dicht zu halten. Ich hoffe, es geht. Das Spiel zu Ende. Ach, die fahren halt so langsam. Ops. Da ist ein Gegner. Abgestürzt. Wollen wir mal ein bisschen dichter rangehen, wie es aussieht, wie es im Namen aussieht hier. Wir haben ein neues Jahr. Da, ne? Seht ihr die Brücke? Wollen wir nicht eine neue Maus? So. Okay. Mal weiter raus, weiter raus, weiter raus. Zack. Hervorragend. Wird gebaut. Dann brauchen wir einen Aufklärer. Aufklärer, Aufklärer, Aufklärer. Ja. Die Rekordierung läuft. Wollen wir in die Fallschirmspringer oder in die Landesseite? Haben sie selbst die Fallschirmspringer abgeschossen? Schmiede. Das gehen wir gar nicht. Hm. So. Kannst du einen halt mal hier hinstellen. Genau, wie ich erwartet habe. Da kommen sie nämlich jetzt. So. Auf den hier. Wollen wir da hin? Äh, nur einer bitte. Der bleibt hier. So. Aufklärer, zack. Hier hin. Ganz wichtig. Hier hin. Nicht so dicht dran. So, dass er gerade so den Bereich abdeckt. So. Zack. Gut, das läuft ja jetzt relativ gut. Ah, schade. Der Aufklärer ist zu weit vorne. Den müssen wir weiter nach hinten setzen. So. So. Tja. Es sollte so vieles. Okay. Wow. Einen Schuss noch nicht leicht zerlegt. Alter Schwede. Ich schmeiße mir hier vorne ab. Einen Schuss. Tja. Ja, ich schmeiße. Ah, das ist ein Schuss. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 zerstört hervorragend es klappt ganz gut wird gleich das nächste angegriffen sehr schön hier ist noch ein bisschen turbulent deswegen werden wir es hier ein bisschen die baller sie aus der luft weg siehst ihr das das geschafft wird auf beiden flanken angegriffen sie verlangsamen die geschwindigkeit um nicht auseinandergerissen zu werden wenn wir ihre vorgelagerten stellungen hier und hier ausschalten können wir die deutschen aufhalten ja 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 scherzkiekse so so mal sehen versuchen wir es mal die werden wir hier abwerfen so das haben wir noch nicht gebaut nein lassen wir noch lassen wir auch erstmal müssen wir hier bis wieder machen wenn wir schneller sind achte falscher bereich dann brauchen wir unbedingt fuchs stelle hier diesen bereich so war doch nicht so weit vorne trottel ja es gibt mir ähnlich so machen wir erstmal wieder luft zu kriegen noch nicht noch nicht eingenommen hier wurden ausgeburt Das ist doch eine Scheiße. Wie hat er das denn geschafft? Ach, diese Scheiße-Einheiten da. Die sind zu stark. Ja, puh. Mir gehen die Ressourcen wieder aus, natürlich. Das ist das Hauptproblem bei mir, dass die Ressourcen hier zu wenig sind. Ich kriege dieses Gebiet nicht unter Kontrolle. Da sehe ich eigentlich nichts. Wir werden mal hier weiterhin fliegen. Okay, die werden noch abgeschossen. Alter Schwede, blieb das hier. Wenn wir das Gebiet hier nicht sicher haben, können wir diese Ressourcen nicht reinnehmen. Okay, hier haben wir sie gestoppt, soweit. Alter Schwede, die Rung da so weg. Kannst du das nicht beschießen hier? Jetzt war ich weit weg. Scheiße. Dann kommt schon die nächste Welle. Oh, oh. Ich habe echt das Problem. Ich habe so ein Ding nicht schon gebaut. Nee. Dann wird es ja Zeit, ne? Sieht es aus? Okay. Das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht so gut aus. Da sieht es auch nicht so gut aus. Durchbruch. Tag. Tag. Mann, die kommen ja weiter vor. Ich hab sie gestoppt. Oh Mann, nicht so gut. Jetzt sind sie zurück. Läuft gar nicht gut, Leute. Es läuft nicht gut. Jetzt kann ich jetzt nicht bauen. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Neuer Befehl. Feuer auf die Öffnen. Bring the noise. Keine Blitzer mehr verliebt, denn du verfügbar. Adult. Move, move, move. Wir können eine neue List einsetzen. Ein Gemetzel. Ein Gemetzel. Ich komm keinen Meter voran. Immer noch das Problem hier. Ganz großes Problem sogar. Wir werden nicht umgesetzt. Let's tear him apart. So. They won't bother you anymore. Jawohl. Einheit und Anziehung. So, verschwenden wir die mal. Real walk in the park. Meldung. Einheit steht unter Anhalten der Beschuss. Zack. Ist erwischt. Wir warten irgendwie. Wir haben immer noch das Problem, dass wir da die Brücke nicht unter Kontrolle kriegen. So, ich meine Aufklärer. So, was an. Was wir tun können noch? Wäre, 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 wäre. Hier. Hier will ich abwerfen. So. Einheit in der Stellung läuft. Ja. Jetzt wollen wir ein Dauerfeuer nehmen. Schon mal gut.